Lara Lennart will wissen, warum wir schwitzen und warum es dann stinkt. Jeder Mensch schwitzt. Der Unterschied ist, dass einige Menschen regelmäßig duschen und Deo benutzen und die anderen, naja, die stinken. Besonders in der Bahn oder in einer Sportumkleide kann es leicht passieren, dass die verschiedenen Gestanksarten sich zu einer riesigen Gestankswolke vermischen und jeder im Radius von 20 Metern zwanghaft versucht, die Luft anzuhalten. Tatsächlich ist es aber gar nicht der Schweiß, der so unangenehm riecht. Frischer Schweiß ist nämlich geradezu geruchsneutral. Außer du bist gerade in der Pubertät, da hast du durch die Hormonumstellungen nicht nur Pickel, sondern du stinkst auch wie ein Schwein. Bei allen anderen ist es aber die Einwirkung von Hautbakterien, die für den Schweiß und Körpergeruch verantwortlich sind. Diese Hautbakterien halten sich besonders an warmen und feuchten Körperbereichen auf, also zum Beispiel in den Achselhöhlen oder den Füßen. Die Bakterien stehen auf Harnstoffe, Eiweiß und Milchsäure, die neben Wasser und Salz in unserem Schweiß vorhanden sind. Wenn wir schwitzen, veranstalten die Bakterien ein Festmahl und zersetzen die Stoffe so, dass unter anderem Buttersäure freigesetzt wird. Diese ist für die unangenehmen Gerüche verantwortlich. Wer Schweißgeruch vorbeugen will, kann sich die Achseln rasieren und so den Bakterien den Lebensraum nehmen, Deo benutzen, sich gesund ernähren und natürlich regelmäßig duschen. Schweißgeruch ist aber nicht nur ekelhaft. Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Körpergeruch eines Menschen auf das andere Geschlecht durchaus anziehend wirken kann. Wenn ihr also das nächste Mal auf einer Party seid, verzichtet vorher aufs Duschen und tobt euch so richtig auf der Tanzfläche aus. Wenn ihr dann eure Beute gewittert habt, pirscht euch langsam an und haltet ihm oder ihr schön eure duftende Achsel unter die Nase. Das funktioniert garantiert. Ja. Unser Körper schwitzt übrigens auch nicht einfach nur, um uns mit unschönen Schweißflecken auf die Nerven zu gehen. Durch das Schwitzen werden unter anderem Giftstoffe und Stoffwechselschlacken aus unserem Körper transportiert. Allerdings werden durch Deodorant mit Aluminium die Poren verstopft und die Giftstoffe können den Körper nicht mehr richtig verlassen, was zu schweren Gesundheitsschäden führen kann. Also achtet beim nächsten Mal besser auf ein Deo ohne Aluminium. Durch das Schwitzen wird außerdem auch unsere Körpertemperatur reguliert. An heißen Tagen kann unser Körper bis zu sechs Liter Schweiß über die Haut abgeben und sorgt so dafür, dass wir nicht innerlich verkochen. Das klingt nach einer ganzen Menge Schweiß und gibt dem Spruch in Schweiß gebadet eine ganz neue Bedeutung. Schwitzen ist also nicht nur lästig, sondern auch gesund und jeder von uns tut es. Ruft euch das einfach das nächste Mal, wenn ihr in der Bahn steht und die triefende Achsel einer völlig fremden Person im Gesicht habt, ins Gewissen. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und noch ein paar dumme Fragen und meine dummen Antworten dazu haben wollt, dann schaut doch mal an unsere dumme Fragen-Dumme-Antworten-Liste oder stellt doch einfach eine neue Frage hier unten in den Kommentaren. Ansonsten viel Spaß beim Schwitzen, Leo benutzen und so, duschen. Ja.